Ich habe dich gesehen. Letzten Donnerstag. Musst du kaufen. In deinem Gesicht. Das ist eine Legende. Eine Legende vor alter, alter Zeit. Er hat geschafft, was niemand zuvor geschafft hat. Ja, frag mich nicht was. Ich weiss auch nicht. Aber relativ cool dieser Mensch. Vielleicht. Eventuell. Ich stelle ihn jetzt mal spontan vor. Die Holzwald Null auf dem Graubünden. Da wäre, wie heisst er jetzt? Franco Pei. Nein, nein, nein. Es ist nicht Penelope. Nein, 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 nein. Es ist Franco Pei. Okay. Okay. Hoi Franco. Jungs. Wie läuft es, Franco? Wir sind da recht flockig unterwegs. Oh, warte. Ich ziele nur auf deinen Körper. Ich habe gar nicht geschaut. Du kannst zoomen. Ja, warte. Zoomen. Jetzt kommt es kompliziert. Aber nein, es läuft schon mal. Ah, hier. Ja, da. Also. Zeig mir deine Nasen noch. Okay, Franco. Also, wir haben hier den Leuten in der Kamera. Und man sieht es vielleicht eine feurige Hände. Nein, 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 nein. Mein Name ist hier. Marco Pei. Pei steht eigentlich für Porno. Wir weiss, zeig mir eine kurze Vorstellungsrunde. Weil wir stechen nachher rein. Zu den Checks. Und gehen nachher primitiv zu tun. Ja. Willkommen zu... Da eben da. Das ist ein riesen... Ja, hier. Oder? Ludi Life. Ja, Ludi Life, oder? Es ist ein riesen Event, ich möchte sagen. Ja, wir sind schon ziemlich parat. Also, Parade ist ein Detail, oder? Also, Parade, wie du siehst. Parade ist Parade. Du Parade bist Parade. Eben, schlussendlich sind wir nicht Parade, oder? Ich bin mir auch jetzt noch ein bisschen sauf. Also, wie sie wie Oliver Polka da mit den Eltern da, weisst du? Die kleinen Fägelchen da. Das machen wir, oder? Das war jetzt eine kurze Vorstellung. Es kommt auch noch mehr. Wird ihr noch mehr sehen... Ah, ja. Ludi, äh... Ja, es sind ein paar Fragen. Wir sollten vielleicht so anfangen. Cut! 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 Nein, die Sache läuft. Ludi, ich möchte schnell, Ludi, wissen... Wie sieht es bei dir aus heute, äh, Frauentechnisch? Ugi, also... Zuerst gehst du hin... Für's hin... So... Bist du das jetzt? Hey, sorry. Du läufst mich schon den ganzen Tag durch, gering. Du hast doch sicher Füße weg. Oder... Hey, sorry. Ist die Name auch so schön wie du? Oder es gibt den bekanntesten Hanir, übrigens Ludis Anmachsspruch wirklich... Der holt, der bringt's ohne Scheiss jetzt. Also ich habe eigentlich noch zwei, aber der Geist ist der, wer froh vorbeiläuft, läuft neben dir vorbei so... Mit gellem Haar und so, weisst... Und so entgegen so... Dann machst du einfach... Oh shit! Nur mal gerade, wenn sie neben dir steht. Oh shit! Dann merkt sie, dass du was gesehen hast. Dann sagst du... Dieuuuung! Dann schau dir zu mir, dann musst du sagen, hey... Schau dir! Oder es zieht, Lädi! Der ist zieht... Oder der da... Bringst du dich hier ins Nächste? Lass uns! Lass uns! Oder der da... Gehst du eine Frau... Hast du mal einen Hase zwischen den Ohren geküsst? Seid sie! Hey, weisst du was du machst? Sicher... Hahahaha! Wuhuhuhuuu! Jawohl! Lass dich live! Aber der ist für die ganze Spitze! Ja!